2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 8 sagt, In Flamentenfeuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Guck mal, die Bibel sagt hier, ewiges Verderben! Wie lange dauert das? Für immer! Und guck mal, worauf es bei dieser ewigen Verderben ankommt, gehorche einfach nicht dem Evangelium. Alles, was du tun musst, ist einfach nicht das Evangelium zu glauben. Weißt du, wir denken gerne, dass die Hölle Menschen wie Biden und Hillary Clinton und alle den Bösen Verwurfenen vorbehalten ist, die es bereits auf dieser Erde gibt. Aber weißt du was, sogar diese süße alte Dame, die auf der anderen Straßenseite wohnt und dem Evangelium nicht gehorcht, wird die gleiche Strafe erhalten. Man könnte sagen, das ist traurig. Na, dann gebe ich ihr das Evangelium. Es ist traurig, dass es heute Menschen gibt, die dieses Konzept verstehen. Ich meine, wir sind Baptisten, oder? Wir Baptisten glauben, dass die Hölle für immer ist. Baptisten glauben, dass diejenigen, die das Evangelium ablehnen, in der Hölle landen werden. Aber es scheint, als würden sie es jede Woche vergessen, weil sie niemals ausgehen und ehren jemandem das Evangelium predigen. Weißt du was? Es ist traurig und erbärmlich. Es ist traurig und erbärmlich, dass wir uns in einem Ghetto-Einkaufszentrum und in der Ghetto-Gemeindesaal treffen müssen, weil es in Houston, Texas, keine andere Gemeinde mehr gibt, die Seelen gewinnen gehen. Es ist traurig, dass es in dieser Stadt acht Millionen Menschen gibt und es ist ihnen egal, dass sie alle zur Hölle gehen. Es ist traurig, dass Baptisten, die sich hier in einem schicker Gemeindesaal treffen, sich hier in einem riesigen Gebäude treffen. Oh, es ist so schick und es ist so schön und es ist so modern, aber sie werden alle zur Hölle gehen lassen. Das Feuer, das niemals gelöst werden soll. Es hört sich so an, als ob sie jemanden brauchen, die über die Hölle predigt, oder? Wo der Wurm nicht stirbt. Und weißt du was? Wenn du erkennst, wie schlimm die Hölle ist, hast du viel weniger Angst, jemanden zu fragen, ob er dorthin geht. Aber es gibt so viele Menschen, die solche Angst haben, jemanden zu beleidigen, indem sie ihn fragen, wie kannst du in den Himmel kommen? Weißt du, was passiert, wenn du diese Frage stellst? Ich bin ein guter Mensch. Ich gehe in die Kirche, ich führe ein gutes Leben. Die Realität ist, dass die Mehrheit der Leute, die du fragst, 95% der Leute, die du fragst, dir die falsche Antwort geben. Ich sage das von meiner eigenen anekdotischen Beweise, aber ich habe nichts Gegenteiliges gesehen. Ich meine, es ist die überwiegende Mehrheit. Und du fragst, was ist mit den Christen? Sie sind die gleichen. Ich sehe nicht einmal wirklich einen Unterschied. Ich meine, es ist die Mehrheit der Menschen, die dem Evangelium nicht gehorchen und in der Hölle gehen werden. Sie gehen zum selben Feuer, sie werden zugleich in ewiger Strafe verurteilt. Gehe zu Jesaja 33. Wenn du fragst, wenn sie brennen, hört das dann nicht irgendwann auf? Das ist eine dumme Frage. Einige Leute sagen, niemand brennt in der Hölle, weil sie dann irgendwann verbrannt werden. Das hat Manley Perry gesagt. Aber das ist ein dummer Gedanke. Du kannst für immer brennen. Was ist, wenn die Bibel dir das gerade gesagt hat? Würdest du nur die Bibel glauben? Wie wäre es mit dem brennenden Busch? Es brannt einfach weiter. Es hat nie verbraucht. So, die Bibel sagt in Jesaja 33, Vers 14. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Guck mal, die Bibel beschreibt einen Ort des ewigen Brennens. Es heißt Hölle. Diejenigen, die das Evangelium ablehnen werden, werden für alle Ewigkeit in die Hölle gehen.